So, auf geht's. So, dann machen wir uns heute mal auf die Höhle. Sind wir alle zusammen? Ja, gut. Plan, Abflug. Ja, Moment, ich bin am Weg. Ich war noch am Haus. Ja, alles gut. Wo seid ihr denn überhaupt? Die stehen hier oben. Ach, da. Okay. Ich bin da. Gut, dann auf zur blauen Pfanne. Wenn nix dazwischen kommt. Da vorne steht ein Gegner. Ich fand das gerade toll. Pieks, 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 pieks. Meins. Ja, jetzt auch nicht. Nur unnötige Last. Was ist das hier? Ein Totem. Okay, ein Toter. Der ist aber hübsch. Oh, der hat ein Ohr dabei. Der hat einen Handyband. Der hat mich auch schon. Der dürfte aber auch nicht durch den Abschluss gestorben sein. Habe ich das Gefühl. Oh, das ist so. Gibt der Arme, schön. Das ist auch wie eine andere Höhle. Ja. Das ist quasi... Keine Ahnung, was das für eine ist. Krass, das ist so ein Ritual oder so. Na, Totems sind das, ja. Ja, habe ich dann auch gemerkt. Hier ist noch einer. Alter, schlägt doch hier nichts auf. Hier sind zwei Stück noch. Wollen wir jetzt hier reingehen oder in die andere? Also was hier drin ist, weiß ich nicht. In der anderen ist die moderne Axt. Und Dynamit. Und... Okay, dann gehen wir zu anderen, oder? Hier sind noch zwei Passagiere. Hier. Die Gitarren sind schön, ne? Ich kann keine Arme nur mehr tragen. Krass, Grafe. Die haben, glaube ich, ihre Handys einfach immer im Mund. So, weiter geht's, oder? Auf jeden Fall. Also sind die auf jeden Fall nicht durch den Abschatz hier ins Leben gekommen. So fein säuberlich sind die nicht gelandet. Die sind, glaube ich, verschleppt worden und dann... Schön drapiert. Ja, da will uns irgendwer vor irgendwas warnen. Habe ich so zumindest das Gefühl... Da sind wir auch schon. Hier sind auch noch ein paar Koffer. Ich glaube, die drei sind falsch, ne? Ich gucke nicht da hinten. Ich sehe auch keine andere Flagge. Ich sehe nur eine gelbe da irgendwo. Eine blaue. Wo seid ihr denn? Ich höre einen. Vorsicht, Gegner. Ja. Also ich stehe jetzt hier genau vor der Höhle. Ach, da jetzt sehe ich die Blöde auch. Na dann rein, oder? Da müsste, glaube ich, noch einen Gegner drin sein. Einen habe ich schon platt gemacht, weil der hinterher gesprungen ist. Hm, kuschelig hier mit euch. Oh, shit. Da muss man eben was essen. Ich muss noch was trinken. Zack. Und die moderne Axt war, wenn man da in diesen großen Raum kommt, wenn man sich relativ recht hält, da geht irgendwo ein Seil runter. Ja. Okay. Hier noch ein Toten. Oh, Alkohol. 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 Hier sind Stoffe drin. Da sind Stoffe. Oh, die Kocher sind schon alle, die zerbrechen gleich. So. Und jetzt? Wolland? Äh, hier rum. Da ist er. Achtung, Achtung, Achtung. Oh, ich habe ihn geworfen. Ich sterbe. Ja. Tote, oder? Nö. Ja, jetzt. So. Oh. 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 Schön. Ein bisschen Kleingeld rum. Jetzt geht es hier gleich irgendwo. Ah ja, genau, hier rechts geht es jetzt das Seil runter. Hier ist ein Sitz. Okay, alle da? Also hier ist runter, ja. Ich bin hier. Ja, genau. Kommt ihr, beiden? Ja, ja. Oh ja, eine ganz mutige. Ja, ich glaube, ich war da jetzt auch eben schon drin, ne? Ist das die Höhle, wo du auch immer das Dynamite holst? Ja. Okay. Also kennst du hier schon wie aus dem FF die Höhle? Ja, mehr ist hier auch, also weiter als so gehe ich auch nicht. Was jetzt in der, also in der anderen Richtung bei der Höhle ist, keine Ahnung. Wenn ich nach oben gucke, habe ich Distant Beats ausstreckt vor mir. Hm. Also hier kommen jetzt auf jeden Fall auch keine Gegner mehr. Oh, wie kann man denn runterrutschen? Wie geht denn das? Äh, als würdest du sprinten. Ah, okay. Ich brüchte mal Wasser. Oh. Hier sind Dosen auf jeden Fall. Also ich müsste halt was trinken, so um ist es richtig. Und hier ist halt Dynamit. Hier kriegst du Dosen, Seile, Panzerband und ganz am Ende ist die moderne Axt. Pinsel habe ich gefunden, okay. Und ein paar moderne Pfeile, die liegen hier auch irgendwo rum. Ah, gut. So, ich habe die Axt eingesammelt. Ja, hier auch. Man hier liegt auch viel Zeug rum. Ja, diese Seele lohnt sich. Also die lohnt sich wirklich. Deswegen habe ich mit ihr auch so gut gemerkt. Und das Dynamit respawn hier auch immer oder was? Ja, nach jedem einloggen. Das ist gut. Das ist gut. Also das ganze Zeug im Prinzip. Das tut. So. Und du hast halt oben wirklich so nichts. Und du hast halt oben wirklich so nichts. Und du hast wirklich auch nur die beiden Gegner da oben, ne? Muss man sich mal merken, so für einen Singleplayer Run, sozusagen. Ja. Es ist halt immer noch schade, dass man nur mit einem Glitch in den Höhlen bauen kann. Sonst könnte man sich hier drinnen einfach gleich verbarrikadieren. Jetzt guck doch nicht so traurig. Jetzt regt einer Flöffel. Ich weiß noch nicht mal, wie ich aussehe, ob ich hier so ein komischer Inder-Typ bin oder keine Ahnung. Nee, der Inder-Typ ist Kev. Du hast die Glatzen. Bist du frisch heute wieder? Richtig, richtig. Ich fühl dich besser auf die Glatzen. Ich hab mir jetzt, ich hab mir heute morgen in meinem... Und Yvonne ist so ein Spanier. Kass! Ich hab mir heute morgen in meinem PC-Spiel das erste Mal so eine Rodelbahn gebaut. Das war auch sehr witzig. Auch nicht schnell. Ja, aber es ergibt viel, ne? Ich hab noch einen kreativen und die ganzen Höhlen beleuchtet. Mit Lampen. Jetzt ist die Frage, gehen wir aus der Höhle wieder raus oder gehen wir weiter? Weiter? Weiter, ja. 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 Ich meine da hinten, da ist glaube ich noch so ein Abschnitt, wo es, wo man noch in so den nächsten Höhlenabschnitt kommt, aber da bin ich noch nicht gewesen, glaube ich. Vielleicht ist ja das, der Höhlenabschnitt, wo man dann hinkommt, der, wo der andere Eingang von war. Ja. Das, ja das kann, das kann sein. Wenn wir schon mal hier sind, kann man auch dagegen. Das könnte sein. Ich weiß, die Höhle, die in der Nähe bei uns ist, am Wasserfall, da ist ja einer unten bei den Zelten, da müsste die Kletterachs drin sein, wenn ich die rechne. Das kann auch sein, dass das hier in die eine Richtung, dass es da weitergeht, da zu dem Kompass. Und zu der Map. Wir gucken einfach mal. Was soll denn passieren? Wir sind einfach mal Sitze. Auch mehr als sterben können wir auch nicht, ne? Ja, wir sind doch zu viert zusammen, also wenn wir nicht sagen, wir nicht alle gleichzeitig verrecken. Darunter? Ich bin ja jetzt einfach mal runter. Ich wollte mal. Klang aber auch nicht gesund eben. Ne, aber hier gibt's, hier ist ein weiterer Eingang in so den nächsten Abschnitt. Seid ihr da? Ich will jetzt nicht alleine rein. Ihr seid da, aber ich geh schon rein. Genau, die Todesmutigen immer nach vorne. Es ist mir ein bisschen zu schön hier vor und ich weiß nicht warum. Irgendwie habe ich das Gefühl, gleich kommt hier so was Gebärendes auf uns zu. Ich habe mal gerade das Gefühl, dass hier, wenn ich gleich uns schön ein paar Dinge entgegen gesprungen kann. Vielleicht soll ich mal vorsichtshalber hier den, äh... Ach, da habe ich mich etwas erschrocken. Gut, dass ich nicht heizig will. Wir gehen auf ihm vor Beine. Und hier sind jede Menge Babys. Und ich glaube, hier muss ich Klaus rumschreien. Äh, ja. Er ist er da schon. Okay. Naja, solange die alleine ist, ne? Ich habe keine Brennfalle mehr. Ja, das Problem ist, im Dunkeln kannst du nicht zielen, weil dann siehst du nicht, wohin du zielst. Ich sehe so gerade, dass es viel direkt vor mir stand. Wo bist du denn jetzt, Finn? Ich höre es Quieken noch. Ja, Quieken höre ich es auch. Da sind Babys. Noch Alkohol natürlich nicht. Da, von dir rechts. Alter. Und unten schon wackelt. Tot. Ah ja, tot. Hört auf Babys. Heinz schon tot. Ich habe noch einen Eicool, ich wollte mich nicht mehr mit haben. Ein was? Eicool. Ja. Wo? Wo? Ja, ich glaube, man kann nicht so gar nicht weitergeben, ne? Ohne so ein Regal, oder? Ich weiß das gar nicht. Ich habe das Gefühl, dass es ist halt nicht Papa. Doch, du kannst es aber mit Tablett servieren. Ich finde es vor allem lustig, auf der Flasche steht Borscht Wodka. Ich will gar nicht wissen, wie Wodka aus dem Borscht schmecken soll. Ja. Sag mal, rennen wir weiter. Ich will schon hier irgendein Baby rumschreien hier. Ja, da ist es. Ich weiß sogar. Und hier ist ein Seil. Das hat mich angesprungen. Ja. Ich will auch die Höhle kennen. Wollte ich gerade sagen, vielleicht muss Sabrina sich schon mal daran gewöhnen, wenn sie irgendwann Mutter wird, dass das eigene Kind sie so anspringt. Mama. Ich werde niemals Mutter. Hunger. Ich werde niemals Mutter. Das ist eine Sache, die kann ich definitiv ausschließen. Okay. Ja, sollen Leute geben, die das nicht wollen. Könnte ich auch sollen. Erstmal bin ich zu alt. Und zweitens stehe ich dafür auf das falsche Geschlecht. Oh, okay. Das würde nicht funktionieren. Entschuldigung. Das wollte ich jetzt tatsächlich nicht hinaus. Inwiefern du bist zu alt? Wie alt bist du? Wenn ich fragen darf. Ich werde 40. Okay. Du hörst mich von der Stimme deutlich jünger an. Ich hätte jetzt irgendwo so Mitte 20 maximal. Ja. Das Geld überweise ich später, ja? Ach, alles gut. Um Gottes Willen. Nein, aber ich muss mal sagen, ich sehe jetzt aber auch noch nicht wie 40 aus. Ich fühle mich auch nicht so. Ich habe tatsächlich jetzt auch nicht geguckt, wie du aussiehst. Wir behandeln dich auch nicht so, also keine Sorge. Naja, alles gut. Das finde ich gut. Ich dachte, hier geht es nicht weiter, ne? Ne, hier oben zumindest nicht, aber da unten ist ein Seil gewesen. Ich habe einen Alkohol gefunden. Ich mache mal schnell noch eben fünf Brandpfeile. Ja. Aber wie schnell, weil eben so eine Stimme so dem Alter täuschen kann, ne? Wenn man denkt, die ist ein bisschen jünger und so. Ja, sie ist 40. Weißt du was? Ja, ich finde es mittlerweile sowieso schwierig, Leute auch nach dem Aussehen irgendwie einzuschätzen. Also nach dem Alter jetzt. Also ich habe letztens jemanden getroffen, die hätte ich optisch mal mindestens auf 65 geschätzt und dann sagte sie mir, sie wäre 43. Da war ich dann etwas geschockt. Okay. Ja, es gibt auch die andere Richtung Leute, die dann halt sich nicht ganz so gut gehalten haben. So Markus zum Beispiel. Schön. Ich brauche dringend zu essen und zu trinken. Und zu essen jetzt mittlerweile wieder. Hat er keine Regeln und keine Dosen mehr? Warte mal, hab ich noch mal, ich habe noch eine Regel. Doch, Snacks müsste ich noch haben. Das mit den Dosen ist ja eure Aufgabe. Bitte was? Es ist nicht immer nur, es ist nicht immer nur die Aufgabe der Frauen zu kochen. Nein, das hast du jetzt anders, das ist egal. Ich habe versucht was zu retten. Ich weiß nicht, ob die beiden das mit der Dose verstanden haben. Ich habe das verstanden, ja. Ich glaube, sie hat bewusst nichts drauf gesagt. Ja, wo sind wir denn jetzt hier? Ich weiß nicht. Ich glaube, in der Nähe von der Yacht sind wir jetzt. Von was, von der Yacht? Du weißt nicht, die Yacht. Wo auch der große Baum steht, wo die liegen um zu beten. Was für eine Yacht? Wo ist das in der Haie wohnen? Nein. Da gibt es auch Riegel, glaube ich, aber ich muss mal ein Essen hier. Wenn es mal wieder länger dauert, ne? Schnapp den Schnickers. Genau. Keine Schleichwerbung. So, jetzt müssen wir mal gucken, welche Richtung müssen wir denn dann? Da ist die Höhle. Ich habe ja keine Schleichwerbung gemacht. Ich habe ja keine Schleichwerbung gemacht. Ich habe ja keine Schleichwerbung gemacht. Ich habe den richtigen Namen nicht genannt. Hast du wohl. Fotoplatierung und so. Ach, wir sind im Prinzip wieder an der anderen Höhle direkt an dem Eingang rausgekommen. Ach, hier ist das Dorf. Ja, ja. Das Dorf, wo wir jetzt mal vom Flugzeug lang gelaufen sind. Ja, ja, genau. Und da ist auch die Höhle. Und deswegen für uns schon hier. Könnte man ja eigentlich noch ein bisschen zum Tisch mitnehmen, ne? Wo ist der denn? Kriegen Besuch. Rechts von uns ist, glaube ich, die Licht. Ja, da kommt er. Nur. Noch einer. Oh, vor dritt sind sie jetzt. Noch einer. Da ist noch einer. Einer? Da ist noch einer. Einer? Da. Gut, dass in den Koffern immer Schnecks drin sind. Mhm. So. Dann im Prinzip, wenn man jetzt... Ich habe einen Treibstoffkanister für die Kettensäge so an dem Bein gerade. Aha. Ich habe was gefunden. Da haben wir jetzt einen Springstoff hier. Der Kackhaufen. Eigentlich müsste jeder von uns jetzt Springstoff dabei haben. Ja, der ist eine Folge, wo das ist. Das ist diese Stelle, wo du die Pistolenteile griffst, glaube ich, ne? Ja. Einfach. Ja. Raus zu Sprengstoff? Ich glaube, ich werde nichts einstecken. Ja. Ich habe die noch mit einstecken. Ach, da unten. Ich habe sie gefunden. Ich habe sie gefunden. Ich gehe mal in Deckung. Ich gehe auch mal hier ins Zelt. Oder in so eine Hütte. Vorsicht, Kev. Da sprengt sie einfach mal einen Kackhaufen weg. So, hier ist die Pistolenteile. Gönnt euch. Wenn wir jetzt hier an dem See vorbeilaufen, dann kommen wir direkt auf die Yacht zu. Und was ist jetzt hier drunter? Ein Stontholz. Ich finde hier nur Totenkörper und alles. Und kein Pistolen-Ding. Ja, Teil 3 von Nacht. Ja, so ein kleiner... Da ist... Was hat er denn jetzt gehört? Was war das jetzt? Pistolen-Munition. Und... Haltepistole... Ja, irgendwie... Ach da! Alte Pistole Teil 3 von 8. An der Base, da ist auch irgendwo eine Stelle zum Sprengen. Ja. Wir haben bei einem großen Baumwulf und geredet. Ah, ein Topf. Mitnehmen. Nicht auf zwei sind immer ein Schneegebiet. So, mal das mitnehmen. Guckt mal da vorne, da sind wieder zwei große. Minimum. Ja. Ein Renner, ein Multifister und ein Gebärndes. Drei Stück. Ja, wir können... Wir können gleich einfach abhauen Richtung Yacht oder so. Wo... In welche Richtung war die nochmal? Hier, wo ich stehe. Okay. Wenn jetzt mal einfach vor... Ja, mach mal. Ich weiß, dass die hier in der Nähe direkt ist, aber ich bin mal mit der Himmelsrichtung mal schlecht. Ja und im Spiel. Da rennen wir jetzt direkt drauf zu. Hm. Ja, stimmt. Da ist die Klippe mit dem Baum. Man könnte als Trophäe nachher noch einen Haifischkopf mitnehmen. Hm. Ja, wie ist das? Man könnte auch die Yacht nehmen oder paunen oder nicht? Ja, das wäre schön. Das ist nur eine Segeljacht. Hier liegt ein Bild. Und auf der Yacht ist da glaube ich auch der Kassettenrekorder oder sowas, ne? Hm. Ich habe auch Kassetten irgendwo eingesammelt. Ja, gerade so bei dem... Dings war auch einer. Ja. Ja. So, ich gehe mal drauf jetzt. Also hier in der Yacht, wenn ich... Ja. Ich komme mit. Hier liegt ein toter Hai. Ja, da können wir gleich einen Kopf mitnehmen. Als Trophäe. Die kann man glaube ich super als Basis verwenden, einen für sich, ja? Und Schildkröten könnten wir auch da mitnehmen, jeder eine. Okay, das wäre so noch Panzer, ne? Wir wollen... Insgesamt brauchen wir drei Stück. Also brauchen wir nur drei. Warte mal, ich gehe die mal jagen. Ich mache einfach mal hier einen Safe, so. Ah, die ist leider hier oben. Ich habe zwei Schildkröten schon gejagt, wo ich hier stehe. Ja. Aber ich komme mit zu euch. Ja. Ey, so voll war meine Ausrüstung. Ganz schön eng. Ja, ganz schön eng, genau. Ganz schön eng hier. Da ist der Kassettenrekorder. Ach ja, das Schildkröten habe ich noch nicht. Was haben wir denn hier schönes? Wie macht man das Ding überhaupt an? Ich weiß das gar nicht. Wo waren denn noch mal? Der liegt hier, hier oben. Das ist aber keine schöne... Ach, den habe ich schon eingesammelt, okay. Das ist aber keine schöne Kassette. Kassettenspieler, stellt Energie wieder her, aha. Die sind aber auch hier, äh, Snacks und so. Habe ich also schon eingesammelt. Könnt ihr die Musik, könnt ihr die jetzt auch hören? Nein. Nö. Echt nicht? Ich habe den nämlich gerade laufen. Ich habe jeder, wenn hier, den wir zu nahe, äh, jeder da rein tut. Weißt du eigentlich zufällig, wo man den Code hier findet? Ähm. Ich weiß es. Irgendwo bei den Containern, ne? In der Höhle. Glaubst du das? Ganz am Ende, wenn du hier bei Timi bist, die Karte. Aber da musst du Timi liegen lassen. Ach so, ja. Das, ja. Ach so, ich wäre genau die andere Schlüsselkarte, die, um halt bei Timi da reinzukommen, die kriegst du bei den Containern in der Höhle. Aber dafür brauchst du, glaube ich, vorher erst noch diese Kletterachse und das Tauchergerät, meine ich. Muss unbedingt was essen hier. So, wo war jetzt der Kassettenrekorder, bis vor ich den jetzt vergessliche? Auf dem Tisch. Auf der rechten Seite da. Ja, ja. Wo das Mini-Segelschiff draufsteht. So, ich habe nur die Kassette. Ah, ja, ja, okay. Und hier war auch, äh, erst, wo ich gedacht habe, dass du gebaut hast, Kev, da hinten. An der Klippe dran. Okay. Nee, wir haben ziemlich am Anfang gebaut gehabt. Zumindest mal was zu haben. Und da, wo irgendwie jetzt gerade hier steht, habe ich die zwei Schildkröten getötet. Ja, die sind gerade, äh... Die spawnt. Guck mal, rechts von uns. Genau. Da sind Minimum wieder, sagen wir, ein dicker, zwei... Oh, 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 und mehrere kleine. Wir sollten uns hier echt verpissen. Oh, ja. Oh, ja. Vielleicht, oder wir gehen wieder auf die Yacht und warten, bis sie weg sind. Kev, du lockst dir auch noch an. Wer hat denn jetzt den Kopf von der Hand von dem Hai? Ich hatte den. Ich geh wieder ins Wasser, ich verpriss mich. Wir könnten doch auf die Yacht gehen und warten, bis die weg sind. Ja. Ja. Das sind aber für einige, ja. Das sind ja auch drei, vier, sechs Stück oder fünf oder sechs Stück. Ich glaube, das wäre jetzt Selbstmord da drüben, um zu gehen. Mhm. Selbst als Vierergruppe. Ja. Warten wir mal einen Moment mal. Bist du über der Yacht. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, wenn ich richtig zähle. Eins, zwei, drei, vier, kleine, fünf kleine, drei große. Ja. Ja. Schade, dass sie sich nicht gegenseitig zu flaschen. Oder wir müssten irgendwie von hier Richtung Baum schwimmen und nach da abhauen. Können wir auch machen. Ja. Die Frage ist, ob sie nicht dann irgendwie auf uns auch hinterher kommen würden wieder. Ja. 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 Ja.